Musik Sie müssen Ihre Produkte im dreidimensionalen Raum fördern, puffern oder positionieren? Wir unterstützen Sie gerne bei der Lösung Ihrer Aufgabe. Egal, ob Sie Lauf- und Fahrwege freihalten wollen oder Ihre Produkte auf eine andere Ebene bringen müssen. Durch die Mitnehmer unserer Versaflex-Kette können Sie kleine Einzelteile auch mit großen Steigungen fördern. Ist die benötigste Steigung geringer, reicht hier oftmals schon eine entsprechende Kettenvariante aus. Sie müssen Ihre Produkte stehend nach oben befördern. Mit unserem Serpentinenförderer ist dies durch die geringe Steigung gar kein Problem. Auch ein Puffern Ihrer Produkte mit dem Serpentinenförderer ist möglich. Eine weitere Möglichkeit, um Höhenunterschiede zu überwinden, ist der Einsatz von Andrückrollen. Diese halten Ihre Produkte auch in der senkrechten stabil auf dem Förderer. Übrigens eignen sich Andrückrollen auch sehr gut in der Horizontalen, um leichte Produkte besonders schnell zu transportieren, ohne dass diese verrutschen. Befördern Sie metallische Teile, können Sie den Höhenunterschied auch mit unseren mit Magneten ausgestatteten Versaflex-Ketten überwinden. Eine weitere Funktion unseres Versaflex ist das lagerorientierte Transportieren mit der Hilfe von Werkstückträgern. Wir können Ihre Produkte stauen, vereinzeln und stoppen. Mit unserer Positionierstation erreichen wir eine Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm. Durch Weichen werden Paletten ein- und ausgeschleust, wodurch komplexe Streckenverläufe einfach umgesetzt werden. Mit unserem Zwei-Ax-Handling können wir Ihre Werkstückträger sicher be- und entladen. Sie produzieren unterschiedliche Produktformate auf derselben Linie? Kein Problem, da bei einem Werkstückträgersystem nicht die Produktgröße, sondern die Werkstückträgergröße ausschlaggebend ist. Je nach Produktgeometrie ist ein Produktwechsel auch komplett rüstfrei möglich. Dies erreichen wir durch einen Universalwerkstückträger, welcher unterschiedliche Produktformate aufnehmen kann. In unserem Beispiel hier haben wir prismatische Batteriezellen verwendet, wie sie üblicherweise in Elektroautos verbaut werden. Natürlich gibt es eine Vielzahl von Produkten aus allen Bereichen und Branchen, die wir fördern, puffern und positionieren können. Sie sehen also, mit unserem Versaflex können wir Ihre Aufgaben lösen. Sprechen Sie uns gerne an! Sprechen Sie uns gerne an! Sprechen Sie uns gerne an!